Willkommen bei der Scalaria Aquaria. Wir sind gerade in der Vorbereitung für Aquaria und freuen uns schon drauf. Es war echt einfach, sich reinzuleben, wirklich einfach. Und dann geht's raus auf die Bühne. Ich glaube, das muss man mal erlebt haben. Wir arbeiten nie. Rob macht so viel Spass. Aquaria macht einfach Spaß. Peter Gasperger, der Chef vom Scalaria, ist für mich eigentlich ein Alleskörner. Das eine ist hier diese fein gliedrige Landschaft um New York, dieser Puls der Welt. Hier ist ein kleiner Seitenarm und da fühlt man sich wohl und da kann man die Seele wieder aufdanken. Wir sind aus Oberösterreich und sind stolz auf dieses Haus, dass wir in Oberösterreich so eine tolle Eventlocation haben. Und es aus meiner Sicht, und ich komme aus der Showbranche, nichts besseres gibt als das Scalaria. Aquaria ist super. Aquaria ist genial. Die Show war total lässig. Also die Show war so geil, wirklich. Also es war einfach super, es war unglaublich. Wir haben ja ganz was Nice. Aquaria ist total super. Unheimlich cool. Es ist auch Ribblefeeling. Es ist ein Gefühl voll Demut für all die Künstler, mit denen man hier arbeiten darf. Und für all die Leute, die das ermöglichen. Es ist auch eine Verpflichtung und es ist immer schön, so eine Verpflichtung gut einzulösen. Aquaria ist der totale Wahnsinn. Aquaria ist Geilo, Aquarium, da steht nichts mehr drüber. Das ist Maximum. Aber jedes Mal wieder, wenn die Show vorbei ist und die Leute glücklich sind, ist man froh, in so einem Team dabei sein zu können. Und es ist einfach toll, mit den Leuten zu arbeiten, weil man weiß, man kann sich verlassen. Jeder bringt seine sensationellen Ideen und ist bereit, dass er diesen einen Schritt mehr geht, um unsere Gäste zu begeistern, zu überraschen und zu verblüffen. Es ist einfach der Hammer, hier zu arbeiten. Ich liebe Aquariums. Ich liebe Aquariums. Ich liebe Aquariums. Aquariums ist super, aber wirklich eine geile Show. Hat der Spitze gefallen. Ich bin total begeistert und ich habe viele tolle Eindrücke mit nach Hause. Das ist wirklich sensationell. Ich habe es großartig gefunden. Irgendwie kommt man sich vor, dass man wieder Kind wird. Man macht den Mund auf, man staunt. Es war eine großartige Show. Es war wirklich toll. Für mich ist der Peter Gasperger ein, eigentlich kann man nur sagen ein Multi, ein Multitalent. Ich bin schon voll neugierig. Der Mund wird wässrig, was jetzt in den nächsten Jahren kommt. Weiter so. Die Verbindung von Wolfgangsee und Verbindung mit der Kunst und mit der Kultur ist wirklich in Österreich einzigartig. Das Besondere an diesem Event hier in das Calaria am Wolfgangsee ist mit einem Wort erklärt. Las Vegas hier in Österreich. Peter Gasperger ist Calaria. Aquaria ist super, mega toll. Aquaria ist super. Machen wir das nochmal. Machen wir es geiler. Machen wir es geiler. München, Article 3. B Peter, Gramm Mann, nest freig, Junge,